Ja, herzlich willkommen hier zum Survival Training mit Herrn Danny hier zum neunten Part von The Forest. Ja, letzten Part haben wir ein bisschen erkundet, sind dann zuletzt dann wieder in unserer Höhle gelandet. Dieses Erkundungstor werden wir heute weitersetzen hier. Wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen, ohne wieder getötet zu werden. Ja, unsere Hütte ist gestern fertig geworden. Falle ist immer noch nicht ausgelöst. Ja, dann schauen wir jetzt einfach mal, was uns hier so erwartet. So, hier vorne liegt noch unser Freund und Nachbar. Nachdem wir mal erstmal begrüßen, nehmen wir mal alles mit. Ja, den stinke Fuß nehmen wir nämlich nicht hier. Ja, wie sieht unser Vorräte aus? Sehen eigentlich noch ganz gut aus. Für eine Erkundungstour. Mal sehen, was wir hier so finden und mitnehmen können. Ja. Mit einem Monitor. Gott sei Dank. So, nochmal sehen, was wir so finden hier in der schönen Welt des The Forest. Ob wir vielleicht mal das vordere Teil von der Linienmaschine bekommen oder sehen. Wir werden sehen, was wir so rausfinden hier. So, laufen wir mal einfach mal hier unten lang. Nimm noch ein bisschen Holz mit. Holz können wir immer gebrauchen. Ne. Gehst du mal kaputt. Danke. So. Ich bin mir echt mal gespannt, wie weit das hier so geht. Ja, vorne wieder ein schöner Back. Das ist aber eine schöne Fläche hier. Ja, ich bin mal gespannt, ob man hier rüberkommt. Wir können es ja mal probieren. Ja, wie ich schon gelesen habe, kann man aus Alkohol Molotow machen. Aber man müsste ja theoretisch erstmal den Alkohol finden und nicht trinken. Das ist es ja. Ja. Schwimmen wir einfach mal auf die Insel hier vor. Erkunden wir einfach mal. Zu dem Berg würde ich auch natürlich gerne mal gehen. Ob das geht, weiß ich nicht. Wir können es ausprobieren, ohne irgendwie zu sterben. Ja. Ich warte eigentlich bloß auf den Hai. Oder auf den Riesenfisch, der mich jetzt gleich runterzieht. Aber wir wollen mal den Teufel nicht an den Hörner ziehen. So. Jetzt haben wir es auch gleich geschafft. Wir sollten uns vielleicht ein Boot bauen. Das wäre es. Und die ganze Welt mit dem Boot erkunden. Ja, was gibt es hier für schöne Pflanzen? Bären. Ah. Ah. War nicht gut. Oh. Oh. Okay. Uff, du. Ja. Wir nehmen mal unsere Axt. Wo kommt das her? Scheiß der, ey. So. Also hier kann man nichts aufmachen. Finde ich schade. Aber man kann sie zumindest wegschieben. Ja. Ja, hier drin gibt es auch nicht. Ja, meine Lieben. Gehen wir zur nächsten Seite. Ah. Hier unten liegt was. Hier unten liegt was. Aber man kann leider nicht tauchen. Noch nicht. Ja. Ich möchte zu dem Berg dahin. Ob wir das können, müssen wir rausfinden. Also mindestens möchte ich mal wissen, wie groß die Insel hier ist. Ob man hier überall hinkommt. Wir werden sehen. Ja. Und hier ist auch schon Feierabend. Und wir können leider nicht weiter. Schade eigentlich. Ja, vielleicht könnten wir hier drüben irgendwie weiter machen. Gucken. Sammeln. Irgendwann vielleicht mal eine Brücke bauen. Das wär's. Steine. Ja, wer braucht hier schon Steine? So. Was ist das? Kann man das essen? Kann man das mitnehmen? Sträucher. Ah. Okay. Ah, was ist das? Aber wahrscheinlich kommen wir wieder da nicht hin. Und essen müssten wir eigentlich theoretisch auch mal. Werden wir gleich mal machen. Ja, machen wir unser schlaues Survival-Buch auf. Machen wir uns ein kleines Feuerchen. Ja, nehmen wir uns hier einen Rabbit und hauen ihn auf den Grill. Ja, beobachten ganz scharf die Umgebung. Was ist das? Kann man das mitnehmen? Huh! Man kann es nicht wegschlagen. Warum auch immer. So, das hätten wir geschafft. Lagerfeuer ist mal gesetzt. Wenn wir mal in der Nähe wieder sind, werden wir das wieder nutzen. Na. Ja, zumindest können wir hier nichts mitnehmen. Das sieht aus wie ein Golfplatz. Ja, auf der Seite war ich hier noch gar nicht. Ja, kommen wir denn hier ein bisschen weiter als sonst. Wir werden sehen. Ne, hier wird gleich Schluss sein. Ja, war mir ja klar, ist eigentlich schade, weil ich wollte eigentlich mal zu dem Berg hin und dann mal sehen, was ich da so finde. Aber leider ist das nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal in irgendwelchen Updates oder dann in den Hauptgame müssen wir uns überraschen lassen. Ja, Fisch ist ja auch leider nicht verfügbar. Ja, werden wir uns mal hier hochbegeben. Was liegt da? Was liegt da? Holz. Ja, Holzbrauen haben wir genug. Ah. Ich habe jemanden entdeckt. Und die verscheiden mich auch. Kommt her. Los. Ach, hier ist ein Dorf von denen. Alles klar. Ja, werden wir uns mal vorstellen. Hallo. Na. Na. Ist ja. Hm. Ja, zumindestens waren sie einfach zu töten. Was ist das? Oh. Ja, wir alten Sauen müssten theoretisch auch mal baden gehen. Ja, sollten wir vielleicht mal zu denen in ihrem Dorf gehen. Vielleicht könnten wir da irgendwas erklauen. Aber ich höre sich schon wieder in den Himmlergrund. Oh. Oh. Ja, ich glaube, wir sind in ein Hurnissen-Nest getreten. Ja. Salavi, junge Frau. Ja, hier gibt es nicht viel zu holen, außer Schulbänke. Äh, ja. Ja, verpissen wir uns mal hier. Bevor die noch ihre Brüder holen. So. Ja, zumindestens haben wir heute herausgefunden, dass die Welt nicht unendlich ist. Noch nicht. Dass wir nur einen begrenzten Raum haben. So, werden wir mal ja höher gehen. Hier liegt wieder Holz. Was ist das hier? Können wir das mitnehmen? Nee. Ja, ein bisschen jagen müssten wir eigentlich theoretisch auch mal wieder. Aber ich habe bis jetzt noch keine Hasen gefunden. Oder Schwein. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? hier gibt es nicht viel zu holen, außer Steine. Ah! Wird da so ein beknacktes Dorf. Zumindest sieht das verlassen aus. Das ist günstig. Wir liegen überall Plantin rum. Wir wurden gesehen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, Chokoriegel haben wir immer gefunden. Haben wir ja viel Ja, verschwinden wir durch das Dickholz. So, wo man jetzt runterkommt, weiß ich nicht. Zumindest muss das Flugzeug hier irgendwo sein. Vielleicht müssen wir mal da noch Ah, wieder so ein Dorf. Wieder so ein Dorf. Ja, vielleicht könnten wir hier noch ein bisschen was arbeiten. Ja, eine Taschenlampe. Das sieht sehr gut aus. Und Dollarscheine habe ich gefunden. Dollarscheine. Dollarscheine. Ja, wir können vielleicht sie bestechen. Ja, nehmen wir alles mit. Auch diesen komischen Tennisball, wo ich immer noch nicht weiß, warum man den hier drinnen benutzen soll. So, das sei natürlich auch Ja, nehmen wir hier alles mit. Wer weiß, wo wir es noch gebrauchen könnten. Ja. Ja. Beuten wir sieh mal aus. Denn alles kann gebraucht werden. Ich fühle mich auch leicht beobachtet hier. So, was haben wir denn jetzt schönes? Ja, Seile haben wir. Plantin, hier, Schokoriegel, Panzer, Geld. Hat sich die Atari heute richtig gelohnt hier. Ja, so. Was ist das? Eine Leuchtwagel. Könnte sein, oder? Wo haben wir das? Ah, wir bräuchten dann irgendwann mal die Waffe, dann haben wir zumindest Munition. Ja, hier haben wir noch. Ah, was ist das? Medikamente. Ah, Medikamente. Super. Haben wir sowieso mal gebraucht. Ja, hier zieht zumindest ein Eiserkoffer. Oh, ne, der ist schon öff. Hier noch einer. Auch schon öff. Auch schon öff. Alles auf. Ja, hier. Abgehangener Schinken. Ja, dann zieht es ja Ah, ich hab Passagier gefunden. Alles klar. Haben wir den auch schon gefunden? Zumindest hat der keine Haut mehr. Ja, hier liegt noch ein Schokoriegel rum. Sieht aus wie Mars, wa? So, dann hätten man ja zumindest hier erst mal alles erbeutet. 16 von 130 Passagieren. Was ist das?